Hallo und herzlich willkommen zurück zu Perception, Entschuldigung. Im letzten Part, ich will hier raus, danke, kam uns die Präsenz entgegen oder was auch immer. Und wir mussten flüchten, warum komme ich hier nicht weg? Okay, jetzt ist offensichtlich Ruhe und wir können da durch. Ah, aber da, uups, da war ich doch schon. Ah, Chantal ist das Passwort. Nein, sowas. Sch-sch-sch-sch-schnauze, Schnauze, wo? Ah, wo? Was? Was? Oh, lieb. Please. Ah, hoch, 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 hoch. Danke. Du willst mich verarschen, ne? Ah, nicht gut. Gar nicht gut. Ich verstehe, die Strasse, die Krieg auf einen Mann-Jean setzt. Also, nicht alle aus der Form. Geh, was, was, was du brauchst. Ich bin sorry, ich habe noch nicht gefunden, aber ich werde es dir, egal was. Ich komme. Ähm. Ich warte. Ja? Was war das denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich, 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 keine Ahnung. Ich sag ja, manchmal steige ich hier nicht so ganz durch. Durch diese ganzen Erinnerungen und... Wir hätten jetzt hier wen erschossen. Da hinten ist eine Tür. Ich will die nicht schließen. Ja, ja. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Oh. Ich weiß, der Vater immer gesagt hat, wenn... Ich weiß, der Vater immer gesagt hat, dass die Cargo holen nicht verletzt werden, ich... Ja, gut, ich versuche. Nein, du musst nicht hier kommen, nein, du musst nicht hier kommen, es ist nur... Ich weiß, dass die Cargo holen gefunden hat. Tja. Ich weiß, dass sie hier oben haben. Von der Office von John Treibook. Oh, ja, der Kollege von der Office des Rekruten. Ich bin sicher, sie haben etwas für mich zu machen. Dear Mrs. Martin, wir begrüßen Ihre numerous Requestes, um in den Fieden, aber glaube ich, wenn ich sage, die größte Aktion, die Sie sehen, ist von hinter einem Desk. Entschuldigung? Was? Ich bin sicher, dass du eine Top-Notch-Typist, also, warum kommst du nach der Boston... Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Es ist auch eine Tür. Heiliger. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja. Oder muss ich da rein? Ach so. Okay. Auch in Ordnung. Und es wird gespeichert. Ach, der heutige. Äh... 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 Ja... Und wie zur Hölle soll ich da bitte hinkommen? Ah... Nee... Die hab ich da gerade zugemacht. Ach... Ich seh schon. Hab ich eben nicht gesehen. Sorry. Äh... Ja... 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 Was ist das denn? Habe ich sie von der Tür eingewischt gekriegt? Okay. Ja. Da war irgendwo eben noch ein... Ja gut, gehen wir erst mal nach oben. Ich weiß es nicht, Leute. Ehrlich nicht. Oh Gott, was ist das? Bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott, was ist das? Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe Angst, dass deine Beziehung dich auf eine Angelegenheit stellt. Und du bist alle allein da oben. Ich bin sicher, dass eine schöne Frau wie du, sicherlich helfen könnte, bei der... ...Women's Club Bake Sales Downtown. Was ist das? Was ist das? Was ist denn das? Was soll das darstellen? Aha. Ist schon klar, das ist ein Geweih, aber das ist doch... ...auf eine Puppe gesetzt? Naja, was soll's? Noch eine? Das ist überhaupt nicht gruselig. Was soll's? Was soll's? Waren die Totenköpfe hier eben auch schon? Kann ich da durch? Soll ich da durch? Nee, okay, offensichtlich nicht. Oh, warum hack das jetzt so? Warum leckt denn das jetzt so stark? Hat's doch eben die ganze Zeit nicht. Warum krieg ich jetzt eine Errungenschaft? Ich hab gar nichts gemacht. Bitte? Okay, und das wird gespeichert. Aber wir sind in einem Schlafzimmer. Warum auch immer. Irgendwie landen wir ständig an irgendwelchen Orten, die gar keinen Zusammenhang haben. ... Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was das eben da für eine Situation... ...äh... ...was? ...in dem anderen Schlafzimmer war. Hatte Erinnerungen. Ich weiß nicht, wo Betty jetzt Rache nehmen, weil er im Krieg gefallen ist. Was? Was ist das? Oder geht's um was ganz anderes? Oh. Betty, 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 Betty. We don't need anyone else to run the switchboards. How about this? Be a doll and take a few photos. There's a morale boost to beat the band. Uh-huh. Okay. Uh-huh. 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 I am coming for you. I-I'm coming. I'm coming for you, Jean. Uh-huh. This is two. Betty? Oh. Hold on just a little longer, Jean. I know this isn't real, but the pain sure is. I keep hearing a German man's whisper in the wind. After months of trying to decipher something, anything, I heard the word Bosch. Little elbow grease at the library turned up a German dictionary. Bosch means forest. Um, let's take a cualquier影. I am coming for you. There's this that's quiet in the world. I am coming for you? No, no, no 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 no. My name is Jayan, � The encryption. Alter, witzig, das ist ein Friedhof, man. What the fuck? Was ist dein Ernst? Tja, da wurde ich gesnackt. Ach du heilige Scheiße, ey, ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ne, Leute, dann beende ich jetzt für den Part. Nein! Nein! Mach auf! Wo soll ich denn da hinten? Er schleudert mich wieder voll zurück. Das ist voll mies. Guck dir das mal an. Aber wo hätte ich denn hin? Okay, war vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Ich dachte, ich müsste das jetzt nochmal machen. Wusste ich nicht. Und hier auch. Gut, ich beende trotzdem den Part, dass es gespeichert hat und ich auch mal Aufnahmepause machen möchte. Gelesen beim nächsten. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig mit der Präsenz, ehrlich gesagt. Aber gut, ist ja gut, wenn ich es nicht nochmal machen muss. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.